... Du weißt, dass meine Tanne gerade abbrennt, ne? Ja, ja, toll. So. Mein Haus. Das macht Herr Schmidt mal eben so, ganz klasse. Ja, super. Super. Bist du bescheuert oder was? Bist du bekloppt oder was? Hast du Gase eingeatmet? Sag mal, bist du nur noch krank? Nein. Ja? Was sollen wir jetzt machen? Du hast doch nicht mal die Tassen im Schrank. Du gehörst doch eingesperrt. Sag mal, bist du bekloppt? Sag mal, du hast doch nicht mal die Tassen im Schrank. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Gib... Ist das doch nicht dein Ernst, ne? Ja, ist alles gut. Wo ist denn alles gut? Das sind die Bäume von meinen Schwiegereltern. Ja, Mann. Geh da... Geh da jetzt hin, Mann! Geh da jetzt hin! Sieh zu! Nimm dein Scheißding da jetzt! Dann mach das nochmal an! Wo soll ich denn hin? Nimm dein komisches Ding da! Mach da jetzt das Ding an! Sieh zu öfter, Emil! Sag mal, bist du nur noch bescheuert oder was? Du gehörst in den Knast! Das glaub ich nicht! Das ist krank! Das ist krank, was du machst! Hohoho, der ist so krank! Der ist so krank! Du bist so krank, bist du! Nimm den Feuerlöscher, Mann, du Vollpfosten! Habe ich nicht! Mann, bitte! Meine Hecke! Meine Hecke! Der gehört im Knast! Der gehört hier! Schatz! Was, Schatz? Ey, Sander! Schatz, Mann! Hilf mir! Hilf mir! Nee, meine ich! Du bist hier eingesperrt! Das... Der brennt mir mein Haus ab! Der ist bekloppt, ist der! Der hat nicht mehr eine Tassen im Schrank! Du bist so alleine, ey! Ich hab kein... Ich hab kein Verständnis mehr für dich! Komm, rein!